In Ruhland gibt es seit diesem Mittwoch eine Lindenstraße. Als Sackgasse führt sie von der Hartwigstraße durch eine ehemalige Kleingartenkolonie. Auf dem Areal entsteht derzeit eine Wohnanlage mit drei Mehrfamilien- und vier Einfamilienhäusern. Finanziert werden sowohl die Gebäude als auch die rund 140 Meter lange Trasse zu 100 Prozent mit privaten Geldern. Private Investoren seien für Kommunen überaus wichtig, sagte Amtsdirektor Christian Konzak. Die Gemeinden könnten derartige Bau- und Erschließungsprojekte aus finanziellen Gründen nicht in Eigenregie stemmen. Das Interesse an Wohnraum in Ruhland und im Amt sei nach wie vor ungebrochen, so Konzak. Fertiggestellt sein soll das Wohngebiet in der Lindenstraße Ende 2024.